So, es ist willkommen, liebe Sefsherr, zu einer kleinen Ankündigung. Bisher gesagt, es hat ein kleines Statement. Warum bei mir so wenig kommt, Nibola sitzt ja auch grad neben mir, der hat ja seins bereits abgegeben. Hallel. Warum bei ihm so wenig ist, ja Hallel. Bei mir liegt auch einfach daran, wegen der Schule, gleich, ich habe keine Zeit. Aber sobald ich Zeit habe, werde ich halt versuchen, auch da was zu machen. Dazu kann ich folgendes sagen, Penumbra Overture wird neu gestartet. Ich hatte schon im zweiten Landorf gestartet, und Nibola kann es bezeugen, Windows hat das zerstört. Windows denied. Ja, weil da meine Maus in den Loading-Screen kam, dann habe ich intergedrückt, da ist Penumbra abgeschissen. Ähm, bietet mir allerdings die Möglichkeit, wenn ich es komplett neu mit Facecam zu spielen. Da muss ich leider noch ein kleines Licht machen, damit man wenigstens die Facecam etwas sieht. Ähm, auf jeden Fall wird es bald dazu ein Reboot geben, Penumbra mit Facecam. Wenn ich fertig bin, macht Nibola Penumbra 2 und 3. Also das dritte ist eher ein Addon oder ein DLC. Ich mache dann mit Amnesia weiter. Mit Amnesia, Dark Descent und Justine. Und ja, so ist halt das was. Bis denn! Hey, fucky Cousier! Oh!